Herzlich willkommen! In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du ein Videomaterial in jedem Widget abspielen lassen kannst. Und los! Ja, legen wir direkt los. Das Video hier baut auf die vorhergehenden Videos auf. Da haben wir ja so eine kleine schöne Kamerafahrt gemacht bis zu den Bergen, haben die exportiert. Aus den Renderbildern haben wir ja in DaVinci Resolve hier so ein schönes MP4-Video gemacht. Das Video wiederum haben wir importiert wieder in die Engine und implementiert hier in so einen Media Player und testweise mal hier so ein Material rausgehauen, was das Ganze dann abspielt. Darauf baut das jetzt auf. Das System hier werden wir jetzt nutzen, um das Video auch in deinem Hintergrundmenü oder beziehungsweise in allen Widgets, wo du halt willst, so ein Video abspielen zu können. Alle Tutorials sowie das Game Intro Tutorial, was du jetzt siehst hier im Hintergrund, ist natürlich verlinkt. Oben rechts wie immer in der Cinematics Playlist. Zunächst musst du natürlich dein Wunschvideo importieren. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Einmal hier rechte Maustaste, dann auf Media und dann hier auf File Media Source. Und dann kannst du, also natürlich benennen, und dann kannst du hier einfach den Pfad angeben, wo das Ganze liegt auf der Platte und dann wird es importiert. Ich lösche es mal wieder, weil es geht natürlich auch schneller und zwar einfach, indem du das Video hier reinziehst und dann wird automatisch so ein Pfeil für dich erstellt. Beachte hierbei bitte, dass das Ganze jetzt von meinem Desktop kommt, nicht gepackt werden würde. Das muss wirklich hier in deinem Ordner-System sein, unter dem Content, damit es dann am Ende auch mitgezogen wird und alle anderen es auch sehen können. So zum Testen, kein Problem, einfach von überall reinziehen, aber nicht, wenn du es packen willst. Danach brauchen wir, wie beim letzten Mal auch, natürlich einen Media Player. Und wir wollen auch direkt die entsprechende Textur mitnehmen, weil wir daraus dann wiederum ein Material machen können. Und dieses Material werden wir dann verwenden, um es im Hintergrund von unserem Widget abbilden oder abspielen zu lassen. Also, Create Material und dann bist du ja good to go. Hier noch darauf achten, wenn das Material erstellt wird, dann hier auf der linken Seite, obwohl ich lasse es jetzt erstmal so, denn du kriegst dann gleich noch eine Warnmeldung, dann zeige ich dir gleich, wo das herkommt. Aber merke dir grundsätzlich, wenn du irgendwas baust für dein Widget, was in deinem Widget genutzt werden soll, dann muss die Material Domain umgestellt werden von Surface oder wo es eben gerade drauf steht, auf User Interface. Das macht er aber automatisch für dich. Die Meldung zeige ich dir gleich, damit du das auch mal gesehen hast. Als nächstes erstellen wir noch unser Fake-Hauptmenü jetzt, wo das Video im Hintergrund laufen soll. Zum Thema Widget, Menü und so weiter verlinke ich dir oben bereits auch eine Playlist. Da habe ich ein Hauptmenü gemacht und da sind auch viele Videos drin zum Thema Optimierung, also wie man so ein Menü am besten an den Start bringt. Das, was ich jetzt mache, ist alles quick and dirty jetzt. In der Playlist ist so, wie man es dann richtig macht. Und das dauert dann natürlich ein bisschen länger, ist aber wesentlich sicherer und performanter. Es wird wie gesagt ein ganz simples Widget, also erstmal ein Canvas Panel reinhauen, zack und dann kommen da irgendwelche Buttons rein hinterher, beziehungsweise hier hinter und das ist jetzt der Clou an der ganzen Sache, brauchen wir ein Bild und da wird dann eben alles abgespielt. Deswegen als erstes hier auf dem Canvas Panel unser Image. Das kommt hier rein oder das kannst du auch hier draufziehen und dann ist es natürlich erstmal oben links. Jetzt kommt wieder das Thema Anker, dazu werde ich auch nochmal ein Video machen. Das wird oft missverstanden grundsätzlich, auch wenn du einfach mal irgendwas anpassen möchtest. Dann guck einfach, dass der Anker überall gesetzt ist und du hier einfach den überall setzt und dann musst du einmal noch durchgehen, 0, 0, 0, 0, alles klar. So und dann ist das Bild jetzt überall. Jetzt ist es so, dass wir natürlich sagen können, was abgebildet werden soll und das kann natürlich auch ein Material sein. Und wir wollen natürlich unser New Media, man schreiben kann, wie immer. Material, so welches ist es jetzt? Der ist natürlich sehr schlau, das nicht von mir zu benennen. Don't do this at home. Markieren einfach das hier und tun so, als ob es gar nicht passiert ist. Gehen hier nochmal rein und dann können wir hier einfach auf den Pfeil klicken und wissen genau, dass es das Richtige ist. Und das ist die Meldung, die ich eben meinte. Die Material Domain, da hat er jetzt ein Problem damit, aber ein Klick löst das hier für dich. So, kleiner Cut, ich habe mich dazu entschieden, wenigstens mal eine 1 hinter alles zu setzen, damit wir es doch unterscheiden können. Die Reihe hört hier eh auf und du hast ja eh deine eigene Benennung. Also ist das jetzt nicht so wichtig, aber damit wir es sehen können, hier nochmal das Material und alles, ist einfach eine 1 dahinter. Hier auch das importierte Video ist einfach nur Wüste-1. Ganz simpel. Bei Material und allem anderen ist hier auch alles gleich geblieben. So sieht das übrigens aus, wenn man dann die Material Domain wechselt. Also einfach hier und hier. Dann einfach verbinden, dann sind wir hier good to go. Ja, dann gehen wir zurück ins Video. Das werden wir später aktivieren. Jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass darauf unser Fake-Menü gebaut wird. Dazu einfach hier irgendwelche Buttons rein. Fertig. So, damit wir was sehen. Hauptsache wir haben unser Menü und starten im Hintergrund das Video. Ja und von wo du jetzt den Film startest und das Widget an den Start bringst, ist ganz dir überlassen. Ich mache das jetzt hier über die Level Blueprint. Einfach über Begin Play. Hier müssen wir jetzt zunächst einmal natürlich unser Widget an den Start bringen. Und vorher, damit der Film schon geladen ist, bringen wir jetzt unseren Player an den Start. Und dafür brauchen wir jetzt erst einmal hier eine Variable, genauso wie beim letzten Mal auch. Einfach auf der linken Seite eine Variable hinzufügen. Und der Typ, der soll natürlich unser Media Player sein. So, Media Player und dann. Die Objektreferenz natürlich. Player 1. Compile und Save nicht vergessen. Und dann kommt hier natürlich auch unsere 1er Variante rein, damit er weiß, wer er ist. Und jetzt starten wir das Ganze und öffnen sozusagen unser Video-File auf dem Player. Dann müssen wir natürlich noch sagen, was es sein soll. Wüste 1 natürlich. Und damit wären wir hier schon good to go. Du kannst hier natürlich noch viel mehr machen. Zum Beispiel auch sagen, ob er loopen soll oder nicht. Das kannst du aber auch im Player selber machen. Da ist er. So, indem du das einfach hier auf Loop stellst. Kann ich auch mal aktivieren. Und speichern. Und ja, hier ist noch viel mehr. Du kannst hier auch mehr in den Player selbst reinhauen. Und das dann auch shuffeln, wenn du möchtest und so weiter. Das ist immer eine eigene Geschichte für sich hier, der Media Player. Aber eine ziemlich coole Funktion hier in der Engine. Gehen wir mal wieder zurück. Und das minimieren wir. Jetzt fehlt natürlich nur noch das Widget. Also, create a widget. Welches soll es denn sein? Finden wir das so? Ja. Wird natürlich extra so gemacht. So, perfekt. Und dann müssen wir es nur noch adden. Und dann sind wir hier auch good to go. So, wie gesagt, das ist jetzt hier quick and dirty. Hier wird jetzt immer wieder ein neues Widget erstellt. Aber das geht nur darum, dir das zu zeigen. Schau in die Playlist. Da zeige ich dir genau, wie es geht. Komm zu dem Thema natürlich auch gerne auf Discord vorbei. Oder schreib deine Frage hier in die Kommentare unter dem Video. Und jetzt können wir es auch schon testen. Und los geht's. Ja, und dass das Video ruckelt oder versetzt startet oder erst mal überhaupt nicht startet und dann gefühlt erst nach irgendwie 10 Sekunden oder ähnlich. Das kann unterschiedlichste Gründe haben. Das kann am Codec liegen. Das kann am Laden des Videos liegen und so weiter. Und jetzt gehen wir peu a peu alle Gründe durch. Fangen wir mit dem Player an. Das ist ja nicht immer so, dass der am Anfang startet und dann einfach ausgeführt wird und dann nie wieder. An der Stelle kann es schon mal sein, dass das Video zum Beispiel im Hintergrund weiterläuft, wie ich eben schon gesagt habe, das siehst du da nicht. Das heißt, beim ersten Mal öffnest du das Video, der Player läuft weiter und du willst es dann nochmal starten. Aber der wartet im Hintergrund erstmal, bis er zu Ende gelaufen ist und startet dann für dich ersichtlich erst das Video, wenn das wieder von vorne gestartet wird. Und ja, das ist etwas, was man wissen muss. Falls das bei dir auftritt, hast du die Möglichkeit, hier anstatt Open einfach zu sagen, Reopen zum Beispiel und du kannst dir auch noch natürlich Close sagen. Das heißt, du kannst ihn schließen und dann wieder öffnen. Außerdem gibt es noch eine weitere Möglichkeit, um überhaupt irgendetwas laden zu können. Und zwar bei Source ist das so. Es gibt die Möglichkeit, also erstmal Open Source, dann gibt es Source with Options. So, und Source Latent. So, die Options, das kennst du ja vielleicht auch schon. Kannst du immer prüfen, indem du einfach Make machst. Oder du machst dir mit der rechten Maus das, dann machst du dir einfach eine Variable und kannst sie dann hier entsprechend bearbeiten. Aber einfach, um zu prüfen, ist immer Make am besten. Da sieht man sofort, was Sache ist. Und kann es dann entsprechend einstellen. Das machen wir wieder weg. Ja, die Optionen hier sind, denke ich, klar. Und man kann jetzt hier auch, ja, quasi wie im Override arbeiten. Das heißt, eigentlich ist es zum Beispiel im Player Disabled und du kannst sagen, hier ist jetzt Play on Open Enabled. Oder du lässt es loopen. Den ganzen Kram, den du jetzt hier gesehen hast, kannst du natürlich auch im Player selber entsprechend einstellen. Das zeige ich dir auch nochmal ganz kurz. Hier auf der rechten Seite. Loop, Shuffle, Play Open und so weiter. Außerdem kann man alles ansteuern, was du hier siehst. Zum Beispiel Pause, Forward, Forward und so weiter. Das geht natürlich auch. Ist alles abrufbar. Das zeige ich dir nochmal ganz kurz. So, und dann kommen wir zu dem Kollegen hier. Zum Beispiel Pause, Is Paused, Can Pause und so weiter. Außerdem kann man dann, also da kannst du dann zum Beispiel auch die, äh, da kannst du dann zurückspulen, da kannst du dann den nächsten Track wählen und so weiter. Also alles, was du dir so vorstellen kannst, intuitiv einfach hier eingeben. Du wirst es auf jeden Fall finden. Wenn du nur mal suchen möchtest, was eigentlich alles geht, dann einfach hier unter Media Player. Und dann siehst du hier alles, was der so kann. So, kommen wir mal zu dem hier. Denn es kann ja auch sein, dass das hier alles total vollgepackt ist und dass der einfach nur unfassbar lange braucht, um erstmal komplett geladen zu werden. In dem Fall ist es natürlich Blödsinn, direkt dahinter weiterzumachen. Und, ähm, in unserem Fall würde er dann alles laden, aber trotzdem das Widget an den Start bringen. Und, ja, dann würde halt all das, was wir uns hier vorgenommen haben, nicht funktionieren, weil der noch 10 Millionen Jahre braucht, bis er ready ist. Und das ist hier eine Node, die das sozusagen schon mal direkt rausnimmt. Das heißt, du kannst es hier direkt verbinden und er wird dann erstmal alles laden, also den Player laden, beziehungsweise die Source hier, Wüste 1 in dem Fall. Wenn das jetzt unser 20 Gigabyte 8K Video wäre, dann würde er so lange das Ding vorbereiten, bis er ready ist und dann erst, also hier bei Completed, feuert er. Und latent bedeutet einfach nur, dass die Execution Line nicht direkt durchgefeuert wird, sondern der Stopp bei der Node und wenn er fertig ist, Abfahrt. Ergo, viel Kram im Player und der braucht ein bisschen lang, dann benutzt einfach die. Kann grundsätzlich eigentlich gar nicht verkehrt sein, die eigentlich immer zu nutzen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich bin da mal gern auf der sicheren Seite und dann weißt du ganz genau, du kannst so viel in den Player reinpacken, wie geht und dann alles andere feuern. Von daher auch eine sehr coole Node, wie ich finde. Was man natürlich auch beachten muss, ist, was passiert eigentlich davor. Das heißt, in unserem Fall ist es ja so, wir brauchen vielleicht einen längeren Zeitraum, bis wir alles weiter machen können. In unserem Fall haben wir jetzt direkt ein Widget am Start und meistens ist es so, dass es jetzt hier natürlich nur ein kleines Video drin ist, was im Widget läuft, wenn es dann zum Beispiel das Intro oder Menü Widget ist und das loopt einfach und dann bist du gut to go. Aber wenn es mal mehr ist, dann musst du natürlich auch schauen, was vorher passiert, das heißt, was der Player vorher sieht. Zum Beispiel die Kamera von dem Player könnte dann einfach ins Schwarze zeigen, sodass du einfach nur ein schwarzes Bild siehst, also gar nichts. In unserem Beispiel würde dann das Unreal Engine Logo an den Start gehen, danach wäre es für, weiß ich, 0,01 Millisekunden schwarz, das heißt, der Spieler von deinem Game, der sieht das dann gar nicht. Und dann wird der ganze Kram geladen im Hintergrund und danach geht es ins Widget und das Gute ist, das startet dann alles, ja nur dann, wenn er auch wirklich fertig ist. Ja, das packe ich mal nach oben, so, dann gibt es auch noch was Cooles, was ich gesehen habe und zwar gibt es auch schon einen implementierten Event Dispatcher, obwohl die müssten wir eigentlich hier auch direkt sehen können. Na, komm, Sign On, also gibt es mehrere, aber der, den ich meine, ist zum Beispiel der hier, ist auch sehr wichtig, also kann wichtig sein für dich, denn der Event Dispatcher, der greift ja dann überall, das heißt, der Event, der kann dann, wo du willst, dann ausgeführt werden oder mehrere natürlich, in unserem Fall passiert das jetzt alles in der Level Blueprint, aber nur, dass du es mal gesehen hast, bedeutet für uns einfach nur, der wird assigned, das heißt, wenn der Player geöffnet ist, würdest du dann einfach hier hinter dran packen, dann kann alles weitere passieren, das heißt, das können wir uns schenken, er würde sozusagen hier lang laufen und hier dann einfach stoppen und in dem Moment, wo dann On Media Opened True ist, feuert er den Event und der kann dann überall empfangen werden und hier würde es dann einfach ganz normal für dich weitergehen. Ja, und du hast ja gesehen, es gibt noch mehr Event Dispatchers dieser Art, die zur Verfügung stehen, musst du einfach mal reinschauen, aber das war so der wichtigste, wie ich fand. Und jetzt für mich persönlich die Lösung für das Problem, was ich jetzt gerade habe, denn keine dieser Optionen, die ich dir gerade gezeigt habe, die würde jetzt mein akutes Problem gerade lösen. Der würde also immer nur versetzt starten und würde am Anfang ein bisschen Action machen, ein paar Millisekunden oder auch länger, gerade eben hat es ja schon wirklich 1, 2, 3 Sekunden gedauert. Und das hängt einfach damit zusammen, dass ich hier in den Project Settings die Hardware Acceleration nicht angetickt habe. Die brauche ich. Außerdem, also und das ist jetzt meine Lösung, sage ich jetzt mal, einmal den Haken rein und dann wird es funktionieren. Das kann jemand eben kurz beweisen. So, können wir auch einfach hier starten. Ach ne, der muss natürlich auch noch starten. Play on Open, Save. Dann bist du ja good to go und den haben wir auch schon abgespeichert. Gut, dann einmal rein, dann zeigst du eben, er startet sofort und ich kann dir, eben habe ich hier das andere gezeigt, die Standalone Variante nochmal zeigen. Dann startet alles nochmal mit dem Logo. Und er startet sofort durch. Ja, das habe ich natürlich hierüber geregelt, Play on Open, aber wenn du möchtest, dann kannst du natürlich, jetzt bin ich gerade ein bisschen lost, so, kannst du natürlich auch einfach hier sagen, Loop, dann sagst du, ist Looping, ja. Oder wenn der nicht startet, sagst du einfach, ich glaube, Play war es auch, genau, Play und dann spielt er halt. So kann man das auch verzögert machen, so kann man auch auf Knopfdruck dann bestimmte Tracks abspielen. Die kannst du auch dann einfach hier abrufen und mit Tracks meine ich natürlich die, die hier drin sind und die kann man auch, wie du ja schon gesehen hast, auch shuffeln. So, den lasse ich mal offen, das habe ich dir gezeigt, was war noch. Achso, ja, hier die anderen Optionen, also Low Latency Modus hast du hier und Non-Standard Codecs, je nachdem, was du dir hier reinballerst. Wir haben jetzt hier einen MP4 genommen und mit MP4 brauchst du halt das oder zumindest ich auf meinem Rechner brauche das. Das kann für dich natürlich wieder eine ganz andere Geschichte sein, aber nur damit du weißt, den ganzen Kram findest du hier unten, also Project Settings, hier dann Project Settings und dann hier unten links auf WMF Media und dann, ja, dann halt hier. Außerdem gibt es in den Soundfiles selber noch eine Möglichkeit, das heißt, wir haben jetzt hier unseren Wüstentrack am Start und hier kann man auch noch Precache-File anklicken. Das heißt, der versucht dann einfach währenddessen so viel reinzucachen, wie geht, muss natürlich schauen, je nachdem wie groß das Ganze ist, braucht er dann entsprechend lang, das heißt, da musst du dann auch mit dem Event Dispatcher oder mit der Latency arbeiten oder einfach je nachdem, wo das in deinem Game ist oder in deinem Projekt, vorher irgendwas anderes machen und dann erst starten. Außerdem, ich habe es ja anfangs schon erwähnt, hier noch ein kleiner Tipp oder beziehungsweise ein besonderer Hinweis, denkt dran, weil ich habe auch oft gelesen, zum Beispiel in den Forum, dass jemand sagt, ey, ich habe hier alles in meinem Game perfekt hinterlegt, funktioniert auch super, aber wenn es Package Project ist, dann funktioniert es auf einmal nicht mehr und wird nicht mehr abgespielt. Und das sagt auch diese Warnmeldung aus, das Ganze ist jetzt hier auf meinem Desktop, das habe ich einfach reingezogen eben, du erinnerst dich, und das wird halt nicht gepackaged, wenn es nicht wirklich in dem Content-Ordner ist. Also wirklich hier in deinem Content-Ordner macht er da vielleicht eine Musik oder so und dann ziehst du die ganzen Files rein und wie du so eine Verknüpfung herstellen kannst, das habe ich dir ja schon anfangs gezeigt. Ja, und das war es auch schon zum Thema, ich hoffe, ich konnte das ein oder andere Problem lösen und du hast was gelernt. Wenn du eine Frage hast oder generell bei weiteren Fragen, komm gerne in der deutschen Unreal Engine Community vorbei, findest du hier oben auf Discord und hier oben auch unter dem Community-Bereich. Außerdem hast du hier auch noch die Möglichkeit, mich über Patreon zu supporten, hier sind wir schon, wie viele sind wir denn, 43 Mitglieder, und hier kriegst du unter anderem die Projektdateien von meinen Videos, siehst Videos eine Woche eher, hast einen besonderen Discord-Zugang natürlich und vieles, vieles mehr. Vielen, vielen Dank vorab, falls du dich dafür entscheidest. Darüber hinaus wünsche ich dir natürlich viel Erfolg bei deinem aktuellen Projekt und wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Unreal Engineer, out.